Jesus ist kein Gespenst. Markus, Kapitel 6, Verse 49 und 50 Und als sie ihn sahen auf dem See gehen, meinten sie es, wäre ein Gespenst, und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, Seid gedroht, ich bin's, fürchtet euch nicht. Unser Glaube an Jesus Christus hier auf Erden ist keine sogenannte Jenseitsvertröstung und sollte von uns auch nicht so gesehen werden. Und wir haben auch keinen mystischen Glauben, der viele Geheimnisse beinhaltet, die wir auch schlecht vermitteln und erklären können, sondern wir haben die Bibel, das lebendige Wort Gottes, wo Gott uns ganz klar darauf hinweist, um was es letztlich geht. Was das Wichtigste ist, wer er ist, was das Problem des Menschen ist und was in Zukunft passieren wird und wie wir diese Welt und uns selbst und ihn sehen sollen und sehen müssen und wie wir uns als Christen verhalten dürfen und sollten. Es geht also darum, dass unsere Hoffnung nicht in einer nebligen Zukunftsvision irgendeine Bedeutung hat, sondern wir wissen ganz konkret, worauf es hinausläuft, woher wir kommen und wohin wir gehen. Nicht selten wird so ein mögliches Denken und Erleben auch von Außenstehenden als Vorwurf an die Christen formuliert, dass sie nämlich blind glauben und gar nicht so richtig wissen, woran sie denn glauben und letztlich nur die Kirche vorschieben und von einem wirklich Überwinderleben nicht die Rede sein kann. Und diesen Vorwurf sollten wir natürlich ernst nehmen und auch die richtigen Argumente und das richtige Verhalten den Leuten dann vermitteln können, damit sie erfahren und erleben, dass der Glaube, den wir haben, durchaus lebendig und bodenständig und fundamental zu nennen ist, weil er nämlich auf Gott, auf dem lebendigen, ewigen Gott gründet und auf Jesus Christus, unserem Erlöser. Christen ignorieren nicht das reale Leben oder laufen nur blind irgendeinem fernen Ziel entgegen, von dem sie nicht so recht wissen, was das beinhaltet. Und eben ist unser Glaube keine eingebildete Vertröstung auf irgendetwas Zukünftiges und dem jagen wir auch nicht nach und wissen doch keine Traumtänzer. Wir stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Auch wenn wir nicht immer alles erklären können. Was sagt die Bibel? Unsere Erlösung ist teuer erkauft. 1. Korinther 6, 20 Und wenn unser praktisches Glaubensleben tatsächlich nur wie eine ferne Utopie aussieht, dann ist das sicherlich nicht richtig und wäre auch viel zu billig. Es gibt keinen Verlauf des Glaubens in dem Sinne, dass ich erst ein Ziel erreichen muss, um für den Glauben, der von Gott kommt, in meinem Alltag, meinem jetzigen Leben, authentisch wird und das auch alles richtig erleben kann und ausleben kann, wie es gewünscht ist, wie Gott es auch vorgesehen hat. Das ist durchaus möglich und auch so von Gott gewollt. Glaube und Leben ist jetzt. Für das Spätere haben wir später noch Zeit. Die Jünger auf dem See hatten keine andere Wahl als sofort und unmittelbar zu glauben und auf ihr Objekt des Glaubens, nämlich Jesus Christus, vertrauensvoll zu blicken. Eben vor allem in dem Moment, wo Jesus sich zu erkennen gab und sie eben eingesehen haben, dass da kein Gespenst ist. Die Umstände forderten das geradezu heraus. Er war ja nicht zu übersehen, als Jesus auf dem Wasser lief, ohne unterzugehen. Und vielleicht hat Gott den Nachthimmel gerade in dem Moment besonders hell gemacht. Jedenfalls die Jünger sollten Jesus sehen, auch wenn sie zuerst dachten, ihr letztes Stündlein hat geschlagen. Für uns können wir aus dieser eindrucksvollen Begebenheit entnehmen, dass die Umstände unseres Lebens uns auch stets herausfordern sollen, manchmal auch müssen, sodass wir Jesus suchen und ihn tatsächlich sehen und zu ihm beten und ihm vertrauen und auf ihn blicken. William MacDonald schreibt zu dieser Begebenheit in seinem Bibelkommentar Folgendes. Der Herr kann nicht nur für den Unterhalt seiner Knechte sorgen, sondern auch für ihre Sicherheit. Nachdem er die Jünger in einem Schiff zurück zum Westufer geschickt hatte, ging Jesus auf den Berg, um zu beten. Er sah sie in der Dunkelheit der Nacht beim Rudern Not leiden, denn sie mussten gegen den Wind kämpfen. Um ihnen zu helfen, ging er über den See. Zu Anfang waren sie verängstigt, denn sie meinten, es sei ein Gespenst. Doch er redete ihnen Mut zu und stieg zu ihnen in das Schiff. Sofort legte sich der Wind. Der Bericht schließt mit dem Kommentar, und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Hier scheint der Gedanke zu sein, dass sie immer noch nicht erkannt hatten, dass ihm nichts unmöglich ist, obwohl sie die Macht des Herrn gerade eben erst im Wunder der Brotvermehrung gesehen hatten. Sie hätten nicht überrascht sein sollen, als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen. Das war kein größeres Wunder als das, welchem sie eben noch beigewohnt hatten. Mangel an Glauben hatte ihr Herz verhärtet und ihre geistliche Wahrnehmungsfähigkeit getrübt. Die Gemeinde hat in diesem Wunder ein Bild für unser Zeitalter und sein Ende gesehen. Jesus auf dem Berg verkörpert Christus in seinem gegenwärtigen himmlischen Dienst, wo er für sein Volk eintritt. Die Jünger stehen für seine Nachfolger, die von den Stürmen und Versuchungen des Lebens gebeutet werden. Bald wird der Retter zu den Seinen zurückkehren, sie aus der Gefahr und Verzweiflung befreien und sie sicher zur himmlischen Küste geleiten. Soweit. Gott geht alles etwas an, was unser Leben betrifft. Nichts ist ihm zu billig oder zu gering, als dass er sich nicht auch darum kümmern will und könnte. Gottes Realität soll unsere tägliche Wirklichkeit sein. Und zwar jetzt, hier, sofort, unmittelbar und mitten im Leben und Alltag, ohne Aufschub und ohne Strategie und Kalkül. Das Leben erfordert es, dass wir jetzt glauben und nicht vielleicht irgendwann aus unserem täglichen Leben den Glauben ziehen, sondern aus dem Glauben das Leben. Glaube ist Leben. Sicherlich gibt es bei uns im Alltag auch immer mal wieder Momente, Augenblicke und Situationen, die uns, wie bei den Jüngern auf dem Boot, vielleicht zuerst unheimlich, unerwartet und auch bedrohlich vorkommen können und die plötzlich auftauchen und uns überraschen und sozusagen manchmal auf dem falschen Fuß erwischen. Aber wenn wir genau hinsehen und zuhören, so wie gläubig und nicht ungläubig sind, Johannes 20, 27, dann wird uns Jesus auch zurufen. Ich bin's. Seid getrost und fürchtet euch nicht. Glaube ist hier und heute und wir brauchen auch diese irdische Realität und Wirklichkeit, um uns in der Wahrheit Gottes in unserem persönlichen Leben gläubig und gehorsam zu stellen. Und das jeden Tag und jede Nacht. Römer 1, 5 Was in Zukunft noch alles geschehen wird und was sich bei uns persönlich in unserem Leben ändern darf und kann, das muss unseren Glauben im Jetzt nicht beeinflussen. In der Bibel heißt es ja nicht umsonst, Der heutige Tag hat genug seiner eigenen Plage und wir sollen nicht zu sehr nach vorne schauen, nicht zu sehr die Zukunft in den Vordergrund rücken, sondern jeder Tag hat genug seiner eigenen Plage, aber sicherlich auch genug an positiven Dingen, an Dingen, die unseren Glauben letztlich voranbringen, Erfahrungen, die wir machen dürfen und Arbeiten, die wir erledigen dürfen. Da hat jeder Tag in der Tat genug. Und da dürfen wir auch froh und dankbar sein, wenn wir unsere Tage auch mit dem ausfüllen dürfen, was gut, was positiv ist, was Gott wohlgefällig ist und was auch einen Sinn und einen Zweck erfüllt. Und dass Gott uns auch jedem persönlich, jeden Tag auch die Möglichkeiten schenken möge, dass wir Gutes tun können, dass wir uns auch mit den Dingen beschäftigen, die unserer Seele gut tun, die auch anderen dienen, die Gott ehren und dass wir auch für unseren Lebensunterhalt sorgen dürfen auf die eine oder andere Weise, dass wir arbeiten gehen können, soweit wir das vermögen und dass wir einkaufen können, essen und trinken und was wir sonst noch so brauchen und dass wir Dinge erledigen können, dass wir zum Arzt gehen können, dass wir uns einfach auch mit anderen Christen treffen können. Es gibt so viel, was den ganzen Tag über möglich und sinnvoll ist. Aber auch wenn wir zu Hause sind und uns ausruhen dürfen und vielleicht was kochen dürfen für unsere Lieben, das alles ist auch etwas Positives und Gutes. Wenn wir beten, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir einfach zur Ruhe kommen, das sind alles auch sinnvolle Dinge. Es genügt, dass Gott in die Zukunft schauen kann. Wir müssen das nicht. Gott ist unser Vertrauen wert. Jeden Tag, jeden Augenblick unseres Lebens. Sowohl was die Zukunft betrifft und auch was unser tägliches Leben betrifft. Darum nimm dein Leben an, so wie es jetzt ist und überlasse es Gott, was morgen ist. Seid gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020